Florian Silbereisen und Beatrice Egli, Flirtshow im TV, Fans laufen Sturm. Alles nur PR. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgen mit ihrem Duett das Wissen nur wir für Spekulationen über eine mögliche Beziehung. Einigen geht ihre Liebesshow jedoch ziemlich gegen den Strichpunkt Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Sie sind stolz auf ihr Wunschkind. Seit der Trennung von Helene Fischer, 39, wird spekuliert, ob Florian Silbereisen, 42, und Beatrice Egli, 35, ein Paar sind. Verständlich sind die Gerüchte, immerhin sind die beiden enge Kollegen und führen seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Auch optisch ergeben die beiden ein hübsches Paar. Doch in Richtung Beziehung wollten die beiden Schlagermusiker bisher nicht gehen, das haben sie bereits einige Male klargemacht. Weil die Spekulationen der Fans jedoch nicht aufhören, haben Florian und Beatrice gedacht, sich jene nun zunutze zu machen. Sie veröffentlichten vor wenigen Wochen ihr Duett Das Wissen nur wir. Unter anderem heißt es in dem Songtext. Hinter verschlossenen Türen werde ich womöglich schwach bei dir. Vielleicht sind wir ein Paar schon ein paar Mal zu weit gegangen. Ganz schön zweideutige Zeilen. Offenbar macht es den beiden Spaß Öl ins Feuer zu gießen, denn als sie ihr Duett zum ersten Mal beim Schlagerboom, Open Air präsentierten, sagte Silbereisen, Silbereisen, ich finde, dieses Baby hat von dir deine Energie und deine Power, von mir die romantische Ader. Beide sind super stolz auf ihr absolutes Wunschkind und werden auch nicht müde, es den Menschen live zu präsentieren. Allerdings sind nicht alle Fans davon begeistert. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, ihre Liebesschau nervt die Zuschauer. Das romantische Duett erweckt Defitiniv den Anschein, als wären Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar. Doch das stimmt so nicht, denn die beiden Musiker sind nach eigenen Aussagen nur Freunde. Dass sie dennoch sich ähnlich beim Duett auf der Bühne zeigen, um den Schein zu wahren, es wäre etwas zwischen ihnen, stößt bei einigen Fans auf Unmut, so liest man auf Instagram einige kritische Worte der Fans für die beiden Schlagerstars. Nein, sie sind kein Paar. Alles PR. Unmöglich diese ständige Inszenierung und Zuschauerverarschung. Dass da überhaupt noch jemand hingeht? Sind die eigentlich alle plemlim? Mit dieser Verarschung wird Kohle verdient. Auweia, harte Worte für Silbereisen und Egli. Vielleicht werden Sie Ihre Bühnenauftritte bei diesen Zeilen überdenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.